So, ähm, ja. Gleich mal grässliche Segnung. Und Rüstung des Glaubens hinterher. So. Ihr geht schon mal auf den Troll los. Ihr geht alle auf die los. Nein, ihr geht alle auf den da los. Verletzungs-Pfeil. Verletzungs-Pfeil. Das da. Okay, du musst so weiter. Du versuchst, den Troll loszuwerden. Du wirst die hinter dir um. Au, du Heilung. Du mach mal so eine Heilung da rein. Du noch mal auf den Dicken. Wow. Okay. Der eine Troll pisst uns an. Du bist gerade... Was bist du? Benommen bist du nicht. Also versuch den da mal umzuschmeißen. Während du noch mal Hände bei dir selber auflegst. Dorens mal die Heilung macht. Du noch mal so einen Schuss absetzt. Du noch mal so einen Schuss absetzt. Was habe ich dir für einen Auftrag gegeben? Wow. Totaler Framedrop. Äh, mach du mal ein Verbot. Du. Den hier. Okay, das ist sehr fiktiv, hä? Dann wär... Du. Den hier. Okay, der hält was aus. Äh, okay. Äh, er ist tot. Jetzt auf den Troll. Okay, die Erdfäule, die... Das klappt irgendwie nicht so. Versuchen wir es erst mit den anderen beiden Quests. Das kann ich ja irgendwann mal nachträglich versuchen. Wenn wir vielleicht noch ein Level Up gemacht haben. Ja. Okay. Magrans Gabelung. Den dort könnten wir wahrscheinlich eher schaffen. Das Vieh da war jetzt wirklich richtig aggro. Vor allem mit den beiden Erdfäulen, die es bei sich hatte und allem. Mhm. So, mal überlegen. Hier in der Hütte ist... Kolsk. Mit seinen Männern. Ich würde mal auf die... Oh. Grabenfeld der Wanderer. Und die Knochen beginnen. Von Malz abwärts abwärts ist die Gestalt, allem anscheinend nach, noch ein menschlicher, in eine feine Rüstung gekleidet. Ein menschlicher Mann in eine feine Rüstung gekleidet, welche denselben dunklen Farbton hat wie seine Gesichtszüge. Der Mann lächelt. Er hat lange weiße Zähne, vor denen das Zahnfleisch sich zurückgezogen hat. Trotz seiner maskierten Augen blickt er ziel sicher in deine Richtung. Sei gegrüßt Reisender. Er wendet sich Palägyna zum Küsse noch weiter. Was sagst du dazu, hübsches Fräulein? Hätte ich deinen Patron, wäre ich noch immer ein dunkler Vogel, doch ein deutlich schönerer äh... Patron? So kann man das auch sagen. Es ist zwar wahnhaft, aber jeder verarbeitet es auf seine Weise. Er lacht leise. Genießt du die frische Luft? Wir, er deutet auf die Männer und Frauen hinter sich, tun das gleiche. Wer bist du? Ich bin Krampfel, zur Lust wohnhaft auf idrianischem Boden. Und dies, er deutet eine auslassende Geste auf seine Kameraden, sind meine fröhlichen Gefährten. Grinst nicht so friska, du machst ihm Angst. Und was tust du hier draußen? Um zu sehen, was Whitefield vollbracht hat, er schnaubt. Oder um den Namen des wahren Architekten zu finden. Tausende von Seelen in die Welt hinaus geworfen. Aber nur im Dürrwald. In die Dirfrohlocken Mutter und Väter unverändert ob ihrer Baker. Und auf anderer Seite des Meeres weinen sie. Auf der anderen Seite. Das wäre eines Liedes würdig. Ich wandelte eine Zeit durch Raothai, zu Zeiten der Flut der Verliebten und sah, welches Chaos sie verursachten. Aber das, das ist eine wahre Katastrophe. Eine Zeit zu der Zerstörung, die ich mit meinen eigenen Augen beobachten will. Dieses Unwetter und Krankheit verblassten dagegen. Diese Unwetter. Hast du Fortschritte gemacht? Was bei der Suche nach einer Heilung? Er kichert. Ich suche keine Lösung. Nur ein Verständnis. Und darin, ja glaube ich, habe ich es vergründet. Man muss sie nur ansehen, diese sich winden leeren Dinger. Die Seuchlinge ins Meer geworfen oder in der Wildnis ausgesetzt. Krampfeld lacht. All diese Experimenten der Beseeler. Ich habe meine Antwort bereits gefunden, auch wenn die trauernden Mütter empfehlen, dass diese das vielleicht nicht haben. Was habt ihr denn erfahren? Wenn wir Körper von Seele trennen, sehen wir die Wahrheit, dass das Gehirn nicht der Verstand ist, sondern nur sein vorübergehender Aufbewahrungsort. Das, was das Fleisch nährt, ist ganz eigenständig von dem, was ein Leben nährt. Wenn es die Seele ist, die das Leben bestimmt, dann ist der Tod nicht die Klinge durch das Herz oder das Gift im Wein. Es ist die Zerschlagung einer Seele. Die Zerstörung aller Seele. Ja, die Abwesenheit einer Seele. Hm, das klingt sehr einleuchtend. Er hat einen Jäger mit einem Bären dabei. Diese hohen Geburten, wir werden dem wahren Tod nie näher kommen als durch sie. Ich frage mich nur, ob das der Höhepunkt von Birats Werk ist oder eine Flucht davor. Ihr scheint recht gut bewaffnet. Ah, aber wir sind keine Schreiber oder werden die Priester, sondern Gelehrte des Todes. Nun kann man den Furt besser studieren als auf der Straße. Er lacht. Diese Wege sind nicht sehr sicher. Beispielsweise habe ich vernommen, dass es gewisse Gruppen gibt, bestehen aus fähigen und hübschen Personen, die nach dem finanziellen Wirtschaft von Fremden diese armen Teufel von der Nase bis zum Nabel aufschlitzen und sie dadurch in das nächste Leben schicken. Unser Gespräch ist beendet. Tötet sie langsam. Ich will sehen, wie das Licht ihn verlässt. Oh. Du. Tolle Verzögerung. Schutz. Wer steht vorne? Ich. Wo ist Palegina? Da. Äh. Widerspenstiger. Priester. Schütze. Söldner. Seltener Abos schützen. Okay. Seltener Spurenleser. Du. Feuerball. Irgendwo da rein. Du. So. Okay. Ah. Ja. Wo ist sogar teilweise die Leute erwischt? Söldner. Söldner. Die sehen alle noch unverletzt aus. Söldner. 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 Oh. Äh. Ich hab nur noch 10 Lebenspunkte. Angriff der Kapferkeit. Mhm. Hat noch nicht viel gebracht. okay die beiden stehen echt gut da wir uns so sieht bei der china hat den einen schon fast tot wenn er steht auch noch recht gut da okay ich bin ausgeschalten das ist nicht so gut von meinen fernkämpfer das ist nur noch dorenz übrig weißt du was verschaffen uns mal noch dorenz ach so das ist der typ den sollten wir uns als letztes aufhalten und greif weiter an lorenz ist auch gleich ausgeschaltet weil dieser wanderer auf ihn schießt das ist das totale chaos deswegen laden wir das am besten noch mal es hat mich hat etwas überrascht dass wir da einfach mal so in eine gruppe an der kreuzung krägen so ich denke mal wir beziehen hier einfach ausstellung lassen palecina vor so das müssen wir genau auf diese truppe treffen ja das kennen wir alle schon weißt du dir hier draußen wer bist du hast du fortschritte gemacht was habt ihr erfahren ja was tust du auf der straße eine bande von bekannten wie wir kaum vorstellbar kram vielleicht und sei mir ist nicht gerade günstig selbst wer katastrophen studiert verdient gewisse annehmigkeiten will ich meinen unser gespräch ist beendet tötet sie langsam so du rennst zurück du machst schon mal entschlossenheit wow palecina ist ein single das ist nicht so gut ich hätte ja rangehen müssen nee wir haben schon palecina verloren das ist schon mal kein guter ausgangspunkt ich könnte vorher noch mal dings was trinken das wäre vielleicht die beste möglichkeit und dann näher rangehen ja das ist doch nicht mal so auf die schnelle gemacht diese quests so so hey tell me okay die schaffen wir nämlich da bin ich mir sicher wenn wir alles richtig machen schaffen wir die was machst du noch mal ausdauernd macht du machst ausdauernd entschlossenheit so gut speichern wir noch mal und edda einen schritt vor ich bin bereit äh ja hey okay Vielen Dank.